Dr. Oetker ist nicht sozial, Dr. Oetker ist asozial und Dr. Oetker jagt uns jetzt wie Hunde vom Hof, einfach aus Profitgier und einfach um die Taschen noch voller zu kriegen. Alle 200 Beschäftigte des Getränkelieferservice Durstexpress wurden vom Dr. Oetker Konzern fristlos auf die Straße gesetzt. Unter wesentlich schlechteren Arbeitsbedingungen sollen sie zum ehemaligen Konkurrenten Flaschenpost wechseln, den der Familienkonzern Ende 2020 für über eine Milliarde Euro übernahm. Gegen diese Entlassungen demonstrierten am Donnerstag rund 150 Beschäftigte vor dem Firmsitz in Berlin. Alle wurden gekündigt. Wir haben Kündigung bekommen zum 28.02. und uns wurde einfach nur kurz, ohne Dankeschön, einfach nur gesagt, betriebsbedingt gekündigt, meldet euch beim Arbeitsamt. Und das Ganze. Ohne Begründung, ohne alles. Die teuren Leute loszuwerden und billige Arbeiten zu lassen, das ist der einzige Grund der Aktion. Es war ein Job, der hat Spaß gemacht, der hat Leute beliefert. Wir haben auch das Gefühl gehabt, das kommt bei den Leuten gut an, weil wir auch viele Leute beliefert und geholfen haben, die wirklich nicht in der Lage waren, ihre Getränke zu bringen. Die Auftragslage war immer gut und wir hatten auf jeden Fall das Gefühl, dass das mit dem Konzern, sag ich mal, Dr. Oetker, sehr gut gegangen ist an uns. Und es gab sogar teilweise am Anfang Corona-Bonus für 1,50 Euro die Stunde. Das war nur im Mai, soweit ich mich erinnern kann, einmal für den Monat. Und ja, dann nicht mehr. Die Leute haben viel mehr bestellt. Die Leute, die vorher vier Kisten bestellt haben, haben durch die getötete Panik in den Medien und überall dann zehn Kisten bestellt. Aber die Etage hat sich nicht geändert. Wir haben ja schon, die haben weiter in der fünften Etage gewohnt und wir haben halt die zehn Kisten nur bestellt. Wenn ich bei Flaschenpost auf Toilette gehen will oder mir was zu essen holen will, dann wird das zeitlich erfasst und wird mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch diskutiert. Das wissen wir aus Erfahrungsberichten, aus erster Hand. Das wissen wir auch aus den Arbeitsverträgen, die dort geschlossen werden. Wir wissen derzeit schon, dass es da eine unternehmensinterne Überwachung der Beschäftigten gibt, dass systematisch Daten erhoben werden zur Produktivität und Effektivität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und abgesehen davon ist auch ein Lohngefälle da. Und wir wurden verarscht vom ersten bis zum letzten Tag, bis heute. Die haben bis heute nicht die Eier gehabt, rauszukommen, sich dem zu stellen. Keiner von den Geschäftsführungen hat sich jemals persönlich geäußert zu uns. Keiner. Es sind viele Leute, die laufen die Verträge im Mai, im Juni aus, dass sie sagen, okay, wir machen einen Betriebsübergang, so wie es gesetzt wird, und lassen die Verträge auslaufen. Aber es wäre für die Leute eine riesen Erleichterung, wenn die den Abgang planen könnten und nicht jetzt mitten in der Pandemie rausgeschmissen werden, wo es keine Jobs gibt. Wir haben Leute bei, die sind alleinerziehend, wir haben Leute bei, da kann die Frau nicht arbeiten, weil sie ein Gastro ist. Jetzt ist der Mann auch noch gefeuert. Ihr könnt euch vorstellen, das ist ein Drama. Und da finde ich, da hat Dr. Oetker und auch Durstexpress und Flaschproster verantwortet und die sollten sie einfach übernehmen. Weil von uns wurde gefordert und jetzt fordern einfach wir. Ich wünsche mir eine faire Behandlung. Das ist mein Wunsch. Also ich wünsche mir, dass man mit uns redet, dass man uns zuhört, dass man Verbesserungsvorschläge annimmt, dass wir einfach eine Möglichkeit haben. Die Lösungen, die wir anstreben, sind bessere Arbeitsbedingungen für alle. Und die Lösungen sind auch, dass für alle Kolleginnen und Kollegen eine Sicherheit hergestellt wird, hinsichtlich ihrer Arbeitsverträge, dadurch, dass sie halt ganz einfach übernommen werden. Wir haben uns in unseren Arbeitsverträgen, in unseren Arbeitsbedingungen eingerichtet und das möchten wir gerne weiter so haben. Wir wollen nicht das neue Flaschenpost, wir möchten aber auch nicht das alte Durstexpress, sondern wir möchten ein modernes Unternehmen mit fairen Arbeitsbedingungen haben. Und da müssen wir uns einfach alle zusammentun, gemeinsam zusammenschließen und dafür kämpfen.